Der Veranstaltungskalender auf Steiermark 1 Von 16. Mai bis 16. Juni verzaubert Kat seine Zuhörer im imposanten Theaterzelt am Messegelände in Graz. Geboten wird erstmals die Originalinszenierung aus London auf der Rundbühne in deutscher Sprache. Lassen Sie sich verwöhnen. Genießen Sie eine Sissli-Pflege am Montag, dem 3. Juni und Dienstag, dem 4. Juni von 9 bis 18 Uhr in der Hannelore Hölbling-Bafümerie in Wiener Neustadt. Nach erfolgreicher Österreich-Tournee wieder auf der Next Liberty-Bühne. Dream Team von Lutz Hübner am 4. Juni um 10.30 Uhr und 18 Uhr und am 5. Juni um 10.30 Uhr. Sie hätten gerne Tipps vom Profi? Kein Problem, ein Chanel-Visagist zeigt Ihnen, wie es geht. Am Mittwoch, dem 5. Juni von 9 bis 18 Uhr in der Hannelore Hölbling-Bafümerie in Graz. Angriff auf die Lachmuskeln. Erleben Sie das Kabarett Männerversteher von den Gebrüdern Moped. Von Donnerstag, dem 6. Juni bis Samstag, dem 8. Juni um jeweils 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne hin und wieder im Theatercafé. Am Donnerstag, dem 6. Juni unterhalten Sie von 19 bis 22 Uhr im Café Aufschlager in Von Leiten, Mikes Combo und Swing4U. Interessante Vorträge und Aktivitäten rund um das Thema Bier gibt's am Freitag, dem 7. Juni und Samstag, dem 8. Juni beim Festival der Biervielfalt in St. Peter Hart bei Braunau am Inn. Am Sonntag, dem 9. Juni von 10 bis 14 Uhr gibt's einen Vatertagsbrunch mit Livemusik im Hotel Nova Park Graz. Am Sonntag, dem 14 Uhr im Café Aufschlager in favoritieren.